Am 5. Dezember 1660 sank ein Schiff auf der Straße von Dover. Dieses Unglück überlebte nur eine Person. Sein Name war Hugh Williams. Im Jahre 1780, ebenfalls am 5. Dezember, versank ein weiteres Schiff auf der Straße von Dover. Und alle Menschen starben dabei, bis auf eine Person mit dem Namen Hugh Williams. Am 5. August 1820 kenterte ein Boot auf der Thamse. Alle auf dem Boot starben dabei, außer ein fünfjähriger Junge mit dem Namen Hugh Williams. Am 10. Juli 1940 versank ein britisches Passagierschiff und alle Leute an Bord starben dabei, bis auf zwei Personen, Onkel und Neffe, die beide den Namen Hugh Williams trugen.